Let's play Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. Herzlich willkommen zurück. Ja, immer noch hier im Casino, Dantes Casino. In der letzten Folge haben wir Kahn verloren. Und jetzt müssen wir uns hier um dieses Riesentheater kümmern, was nicht besonders einfach wird. Weil da sehr viele Tankwürste drin sind und wir sind in der letzten Folge mal wieder gestorben am Ende, weil das einfach zu viele waren. So, damit jetzt haben wir ordentlich welche erwischt. Wow, wie hab ich denn das gemacht? Cool. Ich bin schon mal guter Optimistisch, ob dieser Folge nach so einem Anfangskill. So, es dürfen bloß die zwei in der Folge wieder nicht beide zu Boden gehen, sonst haben wir wieder kaum eine Chance. Ihr müsst halt mal gleich in Deckung gehen, Jungs. Wow, da ist einer hinter mir. Ich seh nichts, wo ich bin. Ich seh nicht, wo ich bin. Ich hab keinen... Da bist du. Okay, den hab ich. Ich geh mal kurz raus. So, ich geh jetzt auch mal nach unten, damit ich den Blick mal von den anderen beiden hab. Vor allem, dass ich die mal ein bisschen in Deckung schicken kann. Weil das bringt nichts, wenn die dauernd drauf gehen. Ja, guck mal, er ist in Deckung. Michael ist in Deckung, aber Jung, der steht halt mitten im Feld. Sind noch irgendwo welche? Sieht jetzt nicht unbedingt so aus, heißt aber nix. Okay, hier ist eine Munitionskiste. Die Tangos planen irgendwas. Und zwar irgendwas, was nicht in Las Vegas stattfindet. Das war nur als Ablenkung gedacht. Hier, auf den Straßen gibt's Ausschreitungen, das haben wir auch mitbekommen. Und jetzt suchen wir gerade irgendeine Art von Sender oder irgendwo sozusagen das Zentrum von der Tango-Aktivität, das irgendwo hier im Theater sein soll. Bin auf sechs Uhr. Wirklich, Mann. Ich sag's dir. Sie verrät uns. Nicht Irena machen. Hören wir kurz zu? Vielleicht einer dieser Ex-Spezialeinheiten. Aber ich hab einiges durchgemacht mit Irena. Sie würde uns nicht so in den Rücken fallen. Okay. Vielleicht einer dieser Soldaten. Aber das spielt keine Rolle. So wie wir ihnen den Rücken zudrehen, knallen sie uns ab und fliehen. Warum sollten sie? Wir sitzen im selben Boot. Uns umzubringen bringt sie nicht weiter. Ein paar der Soldaten sehen das genauso. Deshalb haben sie es mir gesagt. Sie meinen, es soll helfen, in kleinen Gruppen aus Vegas zu fliehen. Wir sind zu viele. Wir würden geschnappt, sagen sie. Ja, aber zusammen könnten wir uns den Weg freikämpfen. Ich weiß nicht. Ich glaube, aufteilen ist eine gute Idee. Und wenn ich dafür ein paar der Special Forces Penner killen muss, dann muss es eben so sein. Bist du dabei? Ich bin dabei. Gut, dass es Zusammenhalt unter den Menschen gibt. Wow, da seid ihr ja schon. Jungs, jöi, 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 jöi. Wer kommt mit? Los, los, los! Ja. Granate! Sorry, Jungs. Ich treffe mal wieder mehr von meinen als von den Gegnern. Ah, super. Dann sieht man wieder sehr viel. Jung, Respekt sogar bei... Ohne, dass du was siehst. Nicht schlecht. Ihr könnt das einfach. Ich schicke euch mal einfach blind da rein. Ihr seht im Nebel normalerweise besser als ich. Okay. Oh Gott, nicht so ein Riesentheater. Bitte nicht. Was? Warum trifft denn der mich hier? Warum trifft denn der mich hier? Ich war in Deckung. Es ist doch zum Kotzen. Warum läuft es in letzter Zeit so schlecht? Was war das? Guten Tag, die Herren. Spart euch eure Granaten. Ich probiere mal einen auf Sniper zu machen. Das funktioniert noch bestimmt wieder mal nicht. Aber was soll's? Bravo, verdammt. Hä? Wow. Kontakt, Tango! Okay, einen habe ich erwischt. Probier einfach mal was. Da hat man, glaube ich, eine gute Chance, einen zu erwischen. Okay, da unten sind welche. Das sieht genau aus wie die Theaterszene im zweiten Teil. Da war auch auf der Bühne so ein Tango-Zentrum. Jawoll. Ich würde mal interessieren, ob hier oben noch welche sind. Das wäre nämlich ziemlich doof. Hier geht's runter, okay. Ich mache das jetzt mal ganz vorsichtig, weil ich nicht unbedingt schon wieder sterben will. Das ist von hier oben, glaube ich, am sichersten. Was kommt jetzt? Epic-Musik. Ist das ein Tango oder ist das einer von uns? Da kommt, frisst Granate. Sag bloß, ich habe den erwischt. War das ich oder war das einer von den beiden? Los, los, los. Geht mal da hin. Wie auch immer ihr da hinkommt. Ich komme dann gleich. Ich könnte eigentlich mal so zentral hingehen. Da sehe ich mehr. Da kommen sie. Fuck. Das sind ja Tangos. Oh, oh. Jung, Mike. Okay, keine Granaten mehr. Oh, bitte schafft ihr es. Ich komme dann nämlich nicht mehr rechtzeitig runter, wenn die beide im Boden sind. Halt die im Halt. Alter, ich werde gerade voll panisch. Treff nur die falschen Tasten. Gut, gut. Nicht gut, gar nicht gut. Hier geht es nicht hin. Ich versuche euch zu helfen. Ich sehe die Tangos nicht. Oh, oh. Das ist gar nicht gut. Das ist sehr ungut sogar. So, jetzt aber schnell. Ich hoffe, das war der letzte. Bin mir da aber natürlich nicht sicher. Beziehungsweise bezweifle ich sogar. Da ist einer direkt um die Ecke irgendwie. Wahrscheinlich unter mir. Wo ist der? Okay, der ist direkt hinter denen. Jetzt komme ich hier nicht rein. Das darf ja nicht wahr sein. Wie komme ich denn da hin? Vor allem die Zeit läuft halt auch gegen mich. Jungs, haltet durch. Ich bin gleich da. Ich kann nur leider nicht rennen. Ich bin ausgewildeter Swatman. Kann aber leider nicht rennen. Oh, oh. Mike ist schon ziemlich am Ende. Wie komme ich denn da rein? Okay, das schaffen wir nicht mehr. Hä? Hier kommen wir auch nicht rein. Was soll das ein Witz sein? Wie komme ich denn da runter? Wie habt ihr das da gerade runter geschafft? Oh, es ist doch zu... Es regt mich gerade schon wieder auf. Ich habe keine Ahnung, wie ich da runterkommen soll. So, Michael ist tot. Top. Super. Läuft wieder. Klasse. Und wieder von Anfang... Ach, wir sind wieder hier. Wo sind wir denn? Bin bei dir. Hast du den Befehl gehört? Ach, hier wieder. Was? Dachte ich, etwas gehört. Geh aus der Fußlinie! Kontakt! Tango! Ich habe den nicht mehr erwischt, Alter. Das ist so peinlich, wie schlecht ich schieße. Ganz ehrlich, ich bin auch selber schuld. Da war gerade einer. Ach, wir haben jetzt schon keine Granaten mehr. Wir machen es nochmal so wie gerade. Es war nämlich gar nicht schlecht. Das einzige Problem war, dass wir halt... ...zu weit weg waren. Beziehungsweise den Weg nicht gefunden haben. Ich mache es jetzt nochmal so. Bloß diesmal schicke ich die Jungs nicht allein da runter. Wo ist der... ...Typ an dem... ...Geschütz? Wo sind denn die alle? Wo sind denn die? Fuck, fuck, fuck. Scheiße. Nein! Ich war sicher. Kommt gleich einer. Scheiße, ich sollte... Ich muss echt zuerst hier oben checken, bevor ich... ...da dumm rumballer. Fick dir diese Musik an. Ich bleib mal hier oben. Guck mal, ob ich noch ein paar da unten entfische. Es darf halt bloß keiner von hinten kommen. Dann habe ich echt ein Problem. Irgendwie scheint mir, dass der Speyerpunkt ein bisschen später war als vorher. Weil das sind hier jetzt viel, viel weniger als vorher. So. Ich gehe jetzt mal zu meinen beiden Kollegen. Und dann gehen wir gemeinsam da runter. Dann wird das vielleicht auch was. Wo seid ihr? Da seid ihr. Okay. Kommt zu mir. Schon der Folge. Checken wir mal noch, ob da noch welche zu sehen sind. Nicht wirklich. Da kommen nachher welche raus. Mal sehen, ob ich jetzt den Weg nach unten finde. Ja, hier geht es doch rein. Warum habe ich das vorher nicht gefunden? Von der gegenüberliegenden Tür kommen jetzt gleich ganz viele. Warum habe ich eigentlich keine Granaten mehr? Ich hatte doch vorher noch welche. Weil das hat er komischerweise auch mitgespeichert. Alter, Entschuldigung, dass ich falsch euch erschreckt habe. Ich bin gerade selber erschrocken. War wieder keine Absicht. Es ist einfach, man darf sich nur ein bisschen zu stark bewegen. Dann kommt die Maus. Äh, dann ist einfach die Maustaste schon gedrückt. Na, kommt. Ich überlegen gerade, wo kann ich hier in guten Deckung gehen? Ne, hier kann ich gar nicht in Deckung gehen. Die kamen alle entweder da raus oder da raus. Komm. Alter. Beeilung! Wird gemacht. Ich habe gerade übel Schiss, dass plötzlich wer hier kommen, mich töten. Weil ich gerade wirklich keinen Bock habe, schon wieder zu sterben. In Position. Im Eilschritt. Bestell sich. Was ist denn los? Das ist ganz anders als vorher. In Position. Okay. Los. Setze mich in Bewegung. Da kommen wir nicht durch, Boss. Aufs Eindringen vorbereiten. Aufstellung. Magazin wechsel. Gut, mache ich das auch mal. In Position. Er hat erste Priorität. Schon dabei. Auf geht's. Öffnen und säubern. Okay. Kontakt. Tango. Bedrohung ausgeschaltet. Granate. Lade nach. An den Garderoben sind wir gerade. Entschuldigung. Auf rein. Aufstellung. Ich weiß, dass ich gerade total still bin, aber ich bin einfach gerade so angespannt. In Position. Los, los, los. Die sind so tödlich. Die tüten die plötzlich hinter der Ecke stehen. Verstanden. Ich seh dich. In Position. Jetzt sind wir hinter der Bühne. Jetzt sind wir hinter der Bühne. Oder? Ich weiß gar nicht. Beeilung. Roger. Doch, sind wir. Augen auf. Wir sind hier ungedeckt. Checkpoint. In Position. Sehr gut. Wo ist der Typ? Los. Bestellte dich. Du stehst im Weg. So kann ich nicht arbeiten. In Position. Hier muss nur einer sein. Da hat doch gerade einer geschossen. Oder nicht? Hallo? Jemand da? Anscheinend nicht. Aber hier gibt es gleich, ich wette mit euch, hier gibt es gleich einen Riesengeballer. Los, los, los. Joe. Jung hackt sich in ihr System. Der mit seinem Hacken. Ich warte. Bereit? Mach es. Ja, Sir. Logans, Tangos nähern sich eurer Stellung. Logan, Beschuss! Ich sag's doch. Schon erledigt. Daneben. Oi, oi, oi. Du machst da ganz entspannt weiter, gell? Dich bringt nichts aus der Ruhe. Du bist jetzt angeschlossen. Bedrohung ausgeschlossen. Komm, Abzug nehmen. Gefahr erkannt. Gefahr geboren. Komm, Abzug runter. Schau, es ist ungefähr. Treffer, einer weniger. Lade den Taiter runter und vor Tage. Wow, die Granaten kommen gefährlich nah. Erwisch! Hält noch jemand mit? Drennt, Granaten! Wo sind denn die alle? Okay, das hat's vergessen. Der Manframe hält keinen Treffer mehr aus. Bedrohung neutralisiert! Lade nach! Alter. Scheiße. Vor allem kann Dings wahrscheinlich gerade nicht helfen. Wo bist du denn, Michael? Da. Scheiße. Was? Achte! Jetzt müssen wir auch noch auf den aufpassen, Alter. Es geht mir gerade so übelst auf den Sack, das Spiel. Ich weiß nicht, warum. Ich sterbe dauernd. Ich bin so schlecht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye.